Die deutsche Kanzlerin und der französische Präsident, sie wollen die EU weiterentwickeln. Doch plötzlich geht das Merkels Partei zu weit. Wenn es künftig einen europäischen Währungsfonds geben soll, also ein Instrument, um überschuldeten EU-Staaten zu helfen, dann brauche der Bundestag ein Mitbestimmungsrecht. Der Koalitionspartner SPD ist genervt. Zu diesen Vorschlägen klar zu stehen und auch klar zu sagen, wir wollen eine Umsetzung des europäischen Stabilitätsmechanismus in einen europäischen Währungsfonds, so wie wir das im Koalitionsvertrag niedergeschrieben haben. Das gehört dann eben auch dazu. Und das erwarte ich mir auch von der Union. Die CDU-CSU will aber nicht zu viel Kontrolle nach Brüssel abgeben. Und sieht das durchaus im Einklang mit dem Koalitionsvertrag. Dort steht zwar ein klares Bekenntnis zu Europa. Und das macht auch die CDU und die CSU als Europaparteien. Aber im Koalitionsvertrag steht nicht, dass wir unkonditioniert Geld deutscher Steuerzahler nach Brüssel geben. Und dagegen werden wir uns auch entschieden wehren. Die Opposition ist gespalten. Es gibt eine große Gefahr. Und das ist die, dass wir in Richtung eines Eurozonenhaushalts gehen, in dem Jahr für Jahr Milliarden eingezahlt werden sollen, um irgendwelche Schocks abzufedern, von denen niemand genau weiß, was das eigentlich sein soll. Es ist ja nicht ausgesungen, dass nicht wieder ein Bankencrash kommt. Und die letzten Vertiefungsschritte, dass Europa robuster dagegen wird, die fehlen. Und die Bundesregierung versaubeutelt es gerade. Übermorgen kommt Macron nach Berlin. Bis dahin muss Kanzlerin Merkel sich über ihre Linie bei der EU-Reform klar werden.